wir sind dann noch einmal in polen war ja marcia mit safir m in polen gezogen dieser zwölfjährige war nach die reiterin die auch schon starke ergebnisse hatte in dieser saison war zehnte lamprechtshausen im grand prix mit ihm und gewann den children grand prix im tschechischen stuchowice jetzt hier in hagen bei den future champions im eröffnungssprengen unterwegs ganz kleine unsicherheit dort am wasser sicher gelöst der unsicherheit am vorhindernis zum trotze gibt sie da noch mal vollgas in die zweifache kombination schauen wir auf die uhr die 57 67 eingeblendet schafft sie nicht ganz aber sie ist die allererste lieber fehler freiheit